Es ist soweit Freunde, ich zeige euch jetzt die 5 meistverkauften Produkte von Trended Up bei uns in der Filiale. Wir starten mit Platz 5. Auf Platz 5 haben wir diesen Hydro & Gripping Primer für 3,95. Auf Platz 4 haben wir diesen Clean & Precise Lip Liner in der Nummer 660 für 95 Cent. Auf Platz 3 wieder ein Lip Liner, diesmal der Glide Lip Liner in der Nummer 090 für 1,75. Auf Platz 2 haben wir wieder Wimpern, diese XXL Volume Swing Wimpern, die sind aber gerade ausverkauft. Die Wimpern sehen so aus. Und auf Platz 1, also das meistverkaufte Produkt aus der ganzen Trended Up Theke, ist einfach dieser Lip Liner hier in der Nummer 080. Den habe ich mir übrigens auch nachgekauft, aber immer noch nicht getestet.